Moin Leute, was geht? Mein Name ist Julio Gamescom auf der Playstation 3 Äh auf der Playstation 4, Entschuldigung Und heute sind wir auf dem Mount Chiliad mit ganz vielen Leuten, die ihr jetzt alle hören könnt Ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde Ja, fangen wir mal an mit dem Weißen Ey Leute, was geht? Mein Name ist Superdor Jami Und Jana Mein Name ist Matthias Gisela Wer ist noch da? Hey Leute, was geht? Mein Name ist Palladu und jetzt kommst du Oh, da ist noch einer mit der Winigang Mein Name ist Toastbrot Ah Toastbrot, Moin Moin So, wir sind jetzt hier auf dem Mount Chiliad und wir machen jetzt Da ist aber eine ganz schön dicke Maschine dann Ja Terminator So was machen wir Komm, wir gehen mal zur Seilbahn Und springen da mal runter Ah Ah Scheiße Tod Ich hab ihn wieder Oh nein Das gibt's doch gar nicht Egal, ich hab ja noch ein Zeitschimmer am Start So Ach 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 So, ich komm gar nicht hoch Ah, da seid ihr alle So Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Hör auf damit Oh Oh, ich hab mich gefördert Oh, nee Oh, knappe Knapp Oh, Mann Ey, du bist runtergerutscht Oder? Ich, ich bin hier unten bei der Seilbahn Kommt am besten mal alle runter Ja Ach, das ist nochmal ganz kurz Chill, chill, chill Wo runter, wo runter? Hier zur Seilbahn Da, wo, wo man Basejumpen kann Und wo ist sie? Ach, da Ach, da Ach, da Oh shit, Toastbrot Nein Nein Oh, Michi, du Arsch Du Wichser He, er ist Milch Achso, Milch, Milch 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 Milch, du steckst in der Luft fest Nein Ah, doch nicht War ein Bug oder so Achso, du willst ja durch Oh Oh Beinahe wäre ich runtergefallen Hä? Wer hat sich jetzt schon wieder abgeballert? Ja, keine Ahnung mehr das war Junge Ja, das war, hier Ich berate Jami Ja, das bist du Ja, das bist du Nein Nein, was mache ich jetzt? Jetzt sehe ich nicht Oh, du Arschloch Oh, du Arschloch Oh, Mann Okay, ich höre jetzt auf, versprochen Oh Meine Versprechen wären auch manchmal gerne gebrochen, ne? Nein, Schätz Was ist das denn? Oh, wie kommt man hier denn hoch? Wo, meinst du auf den Mount Chiliad? Ja, einfach hochlaufen Ja, ich fall schon wieder Achso, doch nicht Oh, nee Oh, ich dachte, ich fall jetzt runter Oh, schade Glitch, Glitch, Glitch Und was soll das? Och, mach Ja, ich fall hier grad dem Ganzen wieder runter, ne? Ja, scheiße Dann spring ich mal gleich nach Jamal, Jamal, Jamal Ich hab dir grad einen Schleimschuss Ich verpasst Ciao Hä? Was machst du? Ah! Falsch hier Ach, Mist Bin ich jetzt wieder gelandet Bin ich jetzt wieder gelandet Also mit dem Ruder hat schon mal alles gut geklappt Mit dem was? Mit dem Ruder springen Ja, da hat echt alles geklappt Ich hab keine Munition mehr, kein Fallschir mehr Oh, ich hab gar nichts mehr Ich hab auch nichts mehr Ich bin hier der Jetzt bin ich ja echt Am Arsch der Welt Und Milch hier, der fährt schon wieder mit seiner Karrierung Boah, nice Cool Was ist das? Ja, ich lauf hier ein bisschen am Berg rum Das ist auch nice Matthias, Matthias Hey, was ist das? Ja, also, oh, du Arschloch, ey Alter So, jetzt machen wir mal einen kleinen SiuC Oh, jetzt komm ich auch, ne? Ich werd jetzt gleich runterfallen, ne? Alter, nein, nein Alter Also, wer mich umkehrt, wenn ich vorgestellt Alter Alter Das hat mich minus Alter Das hat mich minus 10.000 gekostet Was? Minus 10.000? Minus 10.000 wegen der scheiß Versicherung Stell dir mal vor, das wär so ein Bugatti oder so Oh shit 10.000 ist ein Ey, du hast aber 10.000 oder Topgeld drin, gell? Wo seid'n ihr alle? Wir sind ja alle bei der Sahelbahn Achso, da bin ich gar nicht mehr Ja, Mann Wo bist du? Ja, ganz unten Ja, schon unten Ja, komm mal her Guck mal nach Ey, tu's wohl Kann ich den jetzt hinten berühren? Achtung, da kommt ein Chat Aber gerne Warte, ich komm runter, ne? Schnell, haut ab Oh, hast du gesehen, wie ich richtig schön Wichtig schön Wo bist du? Ach, er ist da unten Warte, ich komm mal zu dir, okay? Ja, ich film dich grad Ich hab grad Rangesoomt Hallo, zieh doch den Oh, doch, der zieht ihn jetzt nicht Ich würd' da lieber abpaulen, wenn ich euch wär Ey, irgend so'n Jule Bulze oder wie der auch immer heißt Der hat mich getötet, ne? Den müssen wir jetzt alle Richtig dashen Ne, ne, irgendwas Hä? Schlau! Wo bist du? Das ist der mit dem Chat Ey, ich bin doch hier vorbei Oh, nee Nein! Ich flieg hier auf Ach, ich bin ich mal wieder tot Ja, aber jetzt freu' ich mir die Aufnahme nicht vorgestellt Nein, du bist jetzt nicht tot, ne? Du lässt mich jetzt nicht alleine Oh nein Warte, wo bist du? Du bist doch ganz in der Nähe Da kleidet doch einer Ja, da hinten bist du, warte, ich komm zu dir Oh, ganz viele Fallschirm im Himmel Hey, moin, moin Wo bist du? Oh, nee Ich kann nicht landen Oh, der eine hat sogar Rauch am Start Noch mehr DNA-Mitglieder Ey, Leute, wollen wir jetzt mal auch was richtiges machen oder hier nur rum einfach? Oh! Oh! Oh, scheiße, wenn ich... Ah, ich hab's überleben, schau' ich mal hin Kann ich damit noch fahren? Oh, Mann Wird noch von da grad an? Warte mal, wer kommt denn? Was ist da? Irgendwie mal kommt der doch gerade Ach, der Toast! Ah, Toast-Bot! Der Toast! Na, Toast, du blockieren? Ja, du blockier Er blockiert mich ja immer, wenn ich auf dem Zaun da springe Jaa Ach so? Du warst voll verjagt von mir Der spielt ja auch als Frau Ja, aber warum? Das hat Vorteile Alter, Gegenwart! Jaa Wird nicht so oft getötet Jaa Tittenbonus Jaaaa Tittenbonus Tittenbonus Jaa ja was machst du jetzt bist sie sind hier unten ist lange mit dem falschen runter wir sind hier und ich hänge hier ohne papa okay ich komme nenne er stößt jetzt gegen mich und ich zieg den ganzen weg hier und so geben ich muss euch erst mal suchen wir sind ja ganz unten so ist glaube ich einfach mal ein bisschen weiter nach unten auf mich weg du kleiner lümmel der stadt spring unter ne noch bei der stadt immer schon lange nicht das dauert noch dass du noch ein langer weg dahin dieser weg wird kein leichter sein sicherheitsabstand ist da gar nicht wo ist denn der ja auch nicht kacke man der ist ja mega hoch drück mal dreieck drück mal drei da passiert nichts ich kann nicht lang ich bin heil oh nein wer hat mich jetzt wieder gekillt wer hat mich gekillt wer hat mich gekillt alter wer ist da gerade so gelacht also jetzt rede ich mal um und du kriegst auch noch ich brauche nur Ah, dankeschön. Lass mal nicht die Dinge leer. Wieso zieht's auf mich? Bleib da auf mich, ne Schuss. Alter! Nein, ich brauch nur deine Muni. Ich hab keine. Achso, das hab ich nicht gewusst. Ich brauch nur deine Muni, als hätt ich irgendwas. Du Arschloch! Was soll das, Alter? Was war das denn für ne Waffe? Ich brauch nur deine Muni! Nein! Das ist ein Sniper, den ich ranzoomen kann. Oh, hätt ich irgendeinen Wachstumgewehr, ne? So, ich glaub meine maximale Aufnahme ist fast erreicht. Ich sag auf jeden Fall tschau! Bis zum nächsten Mal! OITO Gamescom, aufhören, meine Freunde! Ich hoffe es hat euch gefallen. Das kann auch jeder mal was sagen, wenn er will. Möchte noch jemand was sagen? Nein! 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 Oh, doch rein, aber bitte ins Gesicht! Eure Faller, du! Ja, tschau! Ja, tschau! Ja, tschau!